hey leute hier ist non safe gaming ich habe letztens mal den obs video recorder probiert statt fraps einfach zum testen und ich habe mit dem halt eine ganze reihe von aufnahmen am stück aufgenommen und die sind halt jetzt alle nicht so gut geworden ich weiß nicht ob es an obs liegt deswegen möchte ich schon mal hier im voraus entschuldigen dass die qualität scheiße ist weil dieses video eines der videos ist die ich so aufgenommen trotzdem viel spaß im video die ziel das land der sitzlianer okay womit starte ich denn okay statt womit ich immer da hatte das wurde ja und ist nur auch da ich gehe dann wo denn ja unten bei a bei a ok macht das ich fliege zu b zu C fliege ich was denn jetzt? C ist ja näher dran ich dachte B ist näher dran Alter alle fliegen zu A oder was? einer ist schon gecrashed was eine Retard wir haben noch 10.000 ne 11.500 Tickets zum Spawn nett falls das so gerechnet wird es laggt irgendwie ich habe einen Ping von 42 ne ich glaube nicht dass es wegen meinen Ping laggt wie viel FPS hast du? 30 ja wo jetzt gerade läuft auch flüssig aber zwischendurch zu finden der von der 72 oder so wo er der ersten Flugzeug ist es ist es zu es ist 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 es da auch auf die Brust ich habe so abgeschossen mit jemandem zu sagen auch vielen Dank vielen Dank es sind die die Formation fliegen ja ich fliege jetzt einfach mal die Straße entlang bleibt mal so ich so unter dir durchzufliegen das ist ein das er wird sich es kann nicht nur 167 es ist die Besserung abrufen ein das wird der Bekopf der BF1 schon nur noch und zu auch die ich hab die in acht Kilometer Entfernung angeguckt etwa ich versuche es zu drehen aber es kann so gut reden auf elf hast du klappen ich bin tot was sie kamen der Kasse Kampfklappen aus dem Dreh ist das bist du wendiger auf was elf jetzt habe ich sie auf Kampff und wenn du gerade gehst dann musst du wieder drücken sie eingefahren es ist doch besser wenn ich sie einfach die ganze Zeit zu lassen nein wochen abreißen ach so hoch ich hab noch jemand abgeschossen ich hab den abgeschossen noch leute nice und ich bin schon in einem anderen Flugzeug okay wir müssen sie erobern doch ich mache ein bisschen für die Freude zu wissen gleich ein Bomber nur noch so als potenziell ausweigert mehr flugzeug hast du nicht na doch aber jetzt gerade habe ich nur noch noch mal so als potenziell ausweigert nice hast du grad den Key von mir gesehen ja ja hinter mir ist nur 100 neuner ja Schöne greift von der Seite Schöne greift von Yolo hat doch geklappt jetzt mache ich jetzt wenn ich mit dir spiel ja ist doch gut ich bin mein glücksbringer hinter mir ja es ist es ist scheiß spitfire ich habe schon drei kids ich komme ich treffe es wird feierlich ich bin zu inkompetenz und spielst du als der besten Flugzeug im zweiten Weltkrieg wer schön auf die Kompetenz 7 zuvor vorhanden war nicht vorhanden oder direkt aus oder die Bär bis hin das Haus aus dem Titel Stoßflug auf dich zu fliegen äh hinter dir ich drehe ab als er sich überlebt und wir haben doch voll die Flugkollision gehabt oder nicht anscheinend nicht oh 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 ich lande bei C helft mir ich bin ganz gespannt, ich muss erstmal zu dir kommen ich komme dir entgegen ja da die sind zwei jetzt das ja die ist angehettet auf jeden Fall der geht runter einer oh du bist tot sag doch was ich bin gerade erst gestorben ich dachte es ist egal ob ich jetzt tot bin oder nicht äh Alter was ich für ein Rauchfahren hinter mir her ziehe hab ich noch mitgenommen so mein letztes Flugzeug geht am Start und bei dir ja ich beschütz dich mal oder ich versuch's oder ich versuch's bei dir woher oder ich ich komme nicht näher 101 Kilometer nur noch und die kommt auf dich zu ja fuck ich bin ich wenn ich genug jetzt gewesen beziehungsweise kompetent genug ab in kamikaze jetzt gucke ich dir zu einfach mal los jux und doll rein über muss ich lande einfach ja ich versuche noch zu landen versucht doch irgendwas zu zerstören was soll ich denn zerstören hier gibt es nicht mehr was zum zerstören ich glaube ich bin ein bisschen zu schnell jetzt immer zu landen so 200 musst du haben 270 sonst bist du, sonst rollst du zweimal übers Rollfeld he is in bursts Ich lande jetzt in Not. Das wird funktionieren. Pass auf! Hä? Ich dachte, die Mission ist schon zu Ende. Bei mir stand ein Mission ist sie abgeschlossen. Wahrscheinlich, wenn du die Mission beendet hast. Tja. Jetzt ist es abgeschlossen. Wann wurde ich auch da? Schönen. Bis zum nächsten Mal.